Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 28. April 1966. Der Tag, an dem Graf Lugner zu Grabe getragen wurde. Ob er nun ein Held war oder ein Aufschneider oder gar ein Kinderschänder, das ist bis heute umstritten. Jedenfalls ist er als Seeteufel in die Geschichte eingegangen und auch als Retter der Stadt Halle. Für Generationen von Deutschen war der Wahl Hamburger ein leuchtendes Vorbild. Und so glich die Beisetzung von Felix Graf Lugner am 28. April 1966 einem Staatsbegräbnis. Es ist ein Donnerstag. Ganz Hamburg scheint zu trauern. Während des Gottesdienstes ist der Michel bis auf den letzten Platz gefüllt. Als anschließend der Sarg zum Friedhof Ohlsdorf gebracht wird, eskortiert die Polizei die Autokolonne. Tausende Bürger stehen am Grab. Jagdhornbläser schmettern das letzte Halali, als die sterblichen Überreste beigesetzt werden. In der Zeitung heißt es tags drauf, Hamburg habe sich sehr würdevoll vom letzten deutschen Volksheros verabschiedet. Felix Nikolaus Alexander Georg Graf von Lugner wird 1881 auf einem Gut bei Dresden geboren. Mit 16 reist er zu Hause aus und heuert in Hamburg auf einem russischen Segler als Schiffsjunge an. Im Ersten Weltkrieg wird er als Kommandant des Hilfskreuzers Seeadler berühmt. Er durchbricht die englische Seeblockade und geht im Auftrag des Kaisers auf Kaperfahrt. Bereits in den ersten drei Monaten versenkt er zwölf Schiffe. Dass er dabei die Besatzungsmitglieder schont, sie gefangen nimmt und gut behandelt, bringt ihm den Ruf eines ritterlichen Soldaten ein. In den 20er Jahren wird sein Buch Seeteufel zum Bestseller. Seine Abenteuer schmückt er darin mit viel Fantasie aus. Jahrelang tingelt Lugner durch die USA, hält Vorträge und ist ein Meister der Selbstdarstellung. Zur Gaudi des Publikums zerreißt er Telefonbücher oder verbiegt zwischen zwei Fingern Geldstücke. Dann kommt Hitler an die Macht. Die Nazis erteilen Lugner ab 1939 die Auflage, sich in seinen Wohnort Halle an der Saale zurückzuziehen und nicht mehr öffentlich aufzutreten. So wird es ruhig um den Grafen, bis er im April 1945 sein Comeback erlebt. Als US-Truppen vor Halle stehen, nimmt eine Delegation um Lugner Verhandlungen auf. Er soll dabei seine große Popularität in Amerika in die Waagschale werfen. Am Ende kapituliert die Stadt und entgeht damit der völligen Zerstörung. Lugner wird bald große Ehre zuteilen. Er selbst stilisiert sich als Retter von Halle und als Hitlergegner. Er bekommt das Bundesverdienstkreuz, wird sogar für den Friedensnobelpreis ins Spiel gebracht. Er ist ein Idol im Nachkriegsdeutschland. Bis etwa 30 Jahre nach seinem Tod Lugner-Biograf Norbert von Frankenstein neue Dokumente ausgräbt. Mit einem Mal steht der tapfere Graf als Lügenbaron da. Demnach war Lugner vor allem ein Opportunist, der sich 1933 aus Geldnot den Nazis angedient haben soll. Tatsächlich hielt Lugner im Ausland Propaganda-Vorträge über das neue nationalsozialistische Deutschland. Die Nazis finanzierten ihm im Gegenzug ein neues Schiff. Und dann ist da noch etwas, was Lugners Ruf posthum endgültig ruinierte. Der Graf selbst hatte immer behauptet, 1939 vor allem deshalb von Hitler kaltgestellt worden zu sein, weil er sich geweigert habe, die Ehrenbürgerschaft der Stadt San Francisco zurückzugeben. Neue Unterlagen belegen, dass es noch einen anderen Grund gab. Lugner wurde beschuldigt, Sex mit seiner 22-jährigen Tochter aus erster Ehe gehabt zu haben. Außerdem habe er sich an der 8-jährigen Tochter seines Anwalts sexuell vergangen. Öffentlich verhandelt wurde der Fall nicht. Angeblich, weil Hitler kein Aufsehen wollte. Lugner, ein Kinderschänder. Seine Anhänger glauben nicht daran. Er sei reingelegt worden. Der Stadtrat von Halle hingegen hat bis heute keine Straße nach ihm, dem selbsternannten Retter der Stadt, benannt. Im Auftrag der Stadt kamen Historiker zu dem Ergebnis, Lugners Persönlichkeit sei geprägt gewesen von Opportunismus, Eitelkeit und Profilierungssucht. Er habe immer nur seinen persönlichen Vorteil gesucht. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de